wow 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 geil geschafft sogar oh da ist aber nein aber da war jetzt gar nichts da ist sie nicht mehr weiter gegangen da muss ich ja von oben irgendwie ran ah oh cool schön ah ja ja cool oh es schaut so schön aus ah ja sonst gibt es da nichts mehr ich schau mal auf die andere seite auch nochmal cool da komm ich nicht rein und da ist es die lebenszelle naja jetzt halt nochmal alles hoch gell okay hebel was macht der jetzt aha war ich da nicht ich schoben ah der ist vielleicht für da naja schau mal was was war 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 Geil. Was gibt es da cooles? Energiezelle wieder. Kann man immer gebrauchen. Und da habe ich ja Geisterlicht übersehen. Aber wo ist das? Was ist da außen? Ah ja. Ah ja. Natürlich, das habe ich ganz vergessen, ja. Dass es da rausgehen geht. Und da ist irgendwie ein Quest. Tak, du schon wieder. Was ist das? Ein Edelstein? Oh, hier stimmt doch mal was gefunden. Sieht mir ein bisschen ungeschliffen aus. Deine Stelle würde ich in einem Experten zeigen. Und sicher gehen, dass er nicht gefährlich ist. Das sieht echt cool aus. Jetzt gibt es da nichts, okay. Oh, hier ist das. wo bin ich da jetzt? Da habe ich einen Stall übersehen? Wo war da jetzt ein Erz? Nein, das müsste weiter unten sein. Opa, Entschuldigung. Da, wo Eis juckt. Über mir. Hä? Ich bin nicht noch unten. hm warte mal da komm ja zu ahin ahhhh ok cool jetzt muss ich doch da runterfallen jetzt muss ich doch da runterfallen ich kann es nicht mehr einsam denn schade ich kann es nicht mehr einsam denn schade ah schön ah da freut mich immer wenn man da irgendwas entdeckt hat und so jetzt schaue ich halt doch vorher noch da hin ist da oben was? nö hui schnell rein da jetzt bin ich da wieder ok ok ah so da gibt es jetzt wieder Portalsteine einzusammeln ich hab die Geisterflamme die werde auf jeden Fall mal aufleveln ok ok jetzt wird es spannend naja ist eigentlich ganz gut gegangen jetzt da bitte runter geh da zack hui äh ich hab mir noch so einen Stoch hin unten ui 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 ok Es ist sogar nur was Wurmen. Schön. Äh, ich würde gerne hoh. Dies war's aber jetzt. Was ist das? Nice! Das lasse ich einmal. Da unten war ja nichts, ne? Juhu! Zwei Portalsteine. Oh, wo ist denn das Portal? Ah, oh, schön! Ja, aber... So ein Experten. Hm. Ah! Da kann man sie nicht... Was war das? Festhalten. Scheiße. Mann! Das ist doch Gonger. Fortsch mir jetzt nicht. Waaah! Nein, ich hab gedrückt! Alter, ich schwör, ich hab gedrückt. Okay, ich brauch nur zwei. Aber es würde mich natürlich schon doch auch interessieren, was da links ist oben. Hm, aber irgendwie haben wir das nicht... Na, auf das hab ich gerade keine Lust mehr, wie ehrlich gesagt. Hä? Halt er mich einfach in die Stock hinein, in das kleine Würstel. Ah. Ah. Alter. Alter. Ah. Ah, okay. Kannst du bitte da mal... Nee, warum? Ich brauche das, glaube ich. Jetzt kommt es. Ja. Okay. Das geht nicht. Okay, da kommen wir anscheinend noch nicht voran. Dann... Da, und das wir kurz überlegen. Da bin ich auch nicht wirklich weitergekommen. Da gibt es noch was Kleines zum Entdecken. Könnten wir ja da mal nachschauen. Dann porten wir uns mal wieder her. Und dann... Wenn wir schön langsam wieder zurückgehen... Dann wir... Äh... Genau. Gesundheit und so wieder herstellen. Dann zu unserem Haus. Dass wir dann mal die ganzen Erze wieder einlösen können. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Da oben. Ähm... Wo war das jetzt? Nach unten. Ich schätze. Ja, er hat den glückselnden Leben. Boah! Niemand trifft mit dem Rückstoß. Los, meh! Runter und rechts rein. Jetzt haben wir keine... Nee, geht gar nicht. Runter. Hoppala. Das rückt jetzt nicht. Ah! Da, oder? Ja, 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 ja. Ah, nein. Entschuldigung. Kann man da drin stehen? Nein! Geht nicht, geht nicht, geht nicht! Geht nicht! Gib mal Leben. Danke! Okay, und jetzt da irgendwie noch links. Na du! Cool! Ah, es war dich, du! Da haben wir... Ah, ja. Ah, ja. Cool. Was ist da drinnen? Was ist da drinnen? Ist ja irgendwie eine Abkürzung, so wie es gerade ausschaut. Ah, okay, einfach nur eine Abkürzung. Na ja, ist ja wurscht. Dann... Geh'n wir mal zu unserem Haus zurück. So! So! Hoppala, Entschuldigung! Windwüste! Ich schätze, Sie haben Ihren echten Namen vergessen, sofern Sie ihn je kanten. Sie ist Gerora. Eine wundersame Stadt aus stolzem Stein und buntem Glas, aus massiven Säulen und erhabenen Türmen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie hätten es verdient, dass man sich erinnert. Ja, Projekt. Ihr habt zehn Stück. Dächer über Köpfen, neue Behausungen zu bauen. Räume den Höhleneingang. Der Eingang zur alten Höhle sieht aus, als würde er bald zusammenbrechen. Weil wir Gorlek haben bei unserer Flucht in den Minen. Okay. Gorlek Magie. Die Moki haben recht. Bauen ist nur die halbe Arbeit, ohne ein wenig Dekoration. Na ja. Dann nehme ich mal die Höhle. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ah, die ist da ganz links. Wem gebe ich das Erz? Das ist einmal eine gute Frage. Tog hat ja einen Wanderbeutel, die perfekte kleine Tasche für kleine Abenteurer. Upsi. Mein Gott. Das ist doch die Höhle, oder? Chrom ist gekommen und hat es für mich aufgemacht. Aber es war kein kleines Loch. Es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen. Die Dunkelheit tut weh. Ich bin ein Lichtwesen. Von dem her. Hobby irgendwas. Was Licht macht. Flamme. Wurfhaken. Ich glaube, da fährt man nur was, ne? Ah. Ich glaube, da fährt man nur was, ne? steinenden Wächter da drinnen gehalten werden. Okay, nicht, gar nicht. Okay, jetzt warten wir. Wir haben sehr, sehr viel... äh... so Geisterdinger. Ich habe gehört, was deiner Freundin passiert ist. Und es tut mir leid. Es tut mir leid um deine Freundin und um jene, die ihr weht. Und um jene, die ihr wehtun. Es gibt nichts Übeles, als wenn die Starken den Schwachen schaden. Aber die Vereinigung des Lichts, das ist vielversprechend. Wir brauchen etwas, um der Dunkelheit, dem Staub und dem Sand zu trotzen. Vielleicht kannst du das schaffen, was? Hier geht's. Oh, ich bin so gut. Ich will halt so trotzen. Absolut. Irgend so was brauche ich. Aha, warte mal. Äh... Nee, warte mal. Das war doch... Nein! Ach. Ich habe ja jetzt den Windstoß. Yes! Juhu! Okay. Aber wem gebe ich jetzt... Da, 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 da mag ich auch noch hin. Weiter, so weit oben schon mal? Doch, da ist die Küche, oder? Ja. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020